Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürger aus Uebach-Balenberg, mein Name ist Oliver Walter. Ich bin von meiner Partei, der CDU, für die Kommunalwahlen am 13. September diesen Jahres gewählt worden. Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, habe mit meiner Frau zwei Söhne und bin vom Berufsrechtsanwalt. Das Coronavirus hat uns alle vor ganz neue Herausforderungen gestellt, die wir alle nur gemeinsam lösen können. Viele von uns bangen um ihre Lieben. Einige bangen auch um ihre wirtschaftliche Existenz und um ihre wirtschaftlichen Grundlagen. Ab Montag wird sich unser aller Alltag verändern, da wir dann beim Einkauf und bei der Beförderung durch den öffentlichen Personennahverkehr Masken tragen müssen. Viele dieser Masken werden von Bürgerinnen und Bürgern aus Uebach-Balenberg selbst hergestellt. Unsere Kreistagskandidatin Monika Lux fertigt selbst zu Hause Masken an, um sie anderen zur Verfügung zu stellen. Hierfür alle die Masken anfertigen meine Anerkennung und meinen Dank. Bestimmt sind auch in den nächsten Tagen und Wochen viele unterschiedliche Modelle zu sehen. Ich bin schon ganz gespannt. Die CDU-Bach-Palenberg lädt Sie ein, uns Ihre Modelle zu schicken. Wir werden in den nächsten drei Wochen die Fotos einsammeln und dann die drei originellsten Modelle mit einem kleinen Preis prämieren, um Ihnen nochmal für Ihr Engagement unsere Anerkennung auszusprechen. Sie können Näheres dann auch über unsere Homepage erfahren. Wir werden auf der Homepage dann auch die Gewinner präsentieren. Herzlichen Dank!